Die Norddeutsche Philharmonie Rostock lädt zum nächsten philharmonischen Konzert ein. Der Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Dr. Diesl GmbH, das Unternehmen aus Ihrer Region. Wir engagieren uns für Kultur. Herzlich Willkommen. Ich bin Guillermo García Calvo, Dirigent. Ich komme aus Spanien und freue mich sehr, hier in Rostock zu sein für drei wunderbare Konzerte mit Musik aus der Romantik. Wir werden eine sehr schöne Overtüre von Mendelssohn spielen, das Märchen der schönen Melusine. Das Violinkonzert von Schumann, ein spätes Werk von ihm, was man eigentlich sehr spät gefunden hat, also wiedergefunden hat, schon im 20. Jahrhundert. Und die fünfte Sinfonie von Vorschach, eine Sinfonie voll von Hoffnung, Geborgenheit, Liebe. Es ist eine sehr zerbrechliche Musik, aber auch sehr leidenschaftliche. Und ich hoffe sehr, dass viele Leute zu uns kommen, weil wir werden sicher wunderbare Konzerte haben. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Dr. Diesel GmbH, das Unternehmen aus Ihrer Region. Wir engagieren uns für Kultur.